hakuna matata ich heiße euch vielleicht zum letzten mal herzlich willkommen zu einem informationsvideo bezüglich artikel 13 in diesem video bitte ich euch beziehungsweise hoffe ich dass ihr mir euer gehör schenkt für diese einige minuten so toll wie ihr das auch schon bereits die letzten achteinhalb jahre immer getan habt achteinhalb jahre ist eine verdammt lange zeit die wir gemeinsam mal mehr mal weniger miteinander verbracht haben genauso klassisch wie ich damals beziehungsweise wie es normal war damals zu let's play nur mit der stimme genauso klassisch werde ich das jetzt vielleicht hier beenden und unter anderem vielleicht falls ich zu tränen gerührt werde werdet ihr das nicht sehen müssen abschied nehmen ist immer sehr schwer für mich loszulassen ist schwer und ja warum ich dieses video mache ist wie ich bereits erwähnt habe dient es als informationsvideo bezüglich meiner aufnahme beziehungsweise live stream aufnahme zeit und ich habe jetzt die letzten zwei monate kaum regelmäßig aufgenommen beziehungsweise war auch gar nicht im live stream online weil ich mir gedacht habe da das mit artikel 13 immer näher kommt und zumindestens nach meinem jetzigen wissen stand und so wie ich mich nach also für artikel 13 erkundet habe sieht es erst mal so aus dass artikel 13 nächsten jahres entweder januar oder februar ich bin mir da unsicher auf jeden fall in europa und da ich nun mal in deutschland lebe ja wer hätte es gedacht und mein kanal kein partner netzwerk angehört habe ich vielleicht die a karte gezogen in dem es wird natürlich noch ein bisschen so gemunkelt was genau artikel 13 genau sein möchte es ist ein gesetz was schon mal ich glaube letztes jahr irgendwie zur debatte stand aber dann nicht durchgesetzt worden ist nun steht es erneut zur debatte und ich hoffe dass es erneut nicht zustande kommt aber ich weiß es nicht zumindest so wie ich mich jetzt erkundigen möchte wie ich dagegen vorgehen möchte hoffentlich reicht das mit all diesen ganzen petitionen wenn man sich damit einschreibt weil artikel 13 in europa eine komische ja es ist nicht sachlich wenn ich komisch sage aber es sollte das internet so wie wir es nutzen und die internetfreiheit der individualität entziehen unter anderem wird gemunkelt dass jeder youtube kanal gelöscht werden sollte der nicht zu irgendeinem netzwerk angehört wie zum beispiel rtl oder sonst was und das ist bei mir der fall ich man war zumindest so wie ich es gelesen habe weiß man nicht genau was mit youtube passiert ob youtube einen eigenen filter bekommt so wie eigentlich jetzt schon die gema der eigene filter ist mit den copyright verstößen oder ob youtube da irgendwie mit an diesem strang zieht und von artikel 13 leider auch irgendwie ja leider dann mit eingehüllt wird wenn ich das jetzt einfach mal so sagen kann also ich habe mir jetzt keine notizen gemacht ich rede einfach so wie es mir gerade in den sinn kommt deswegen weiß ich nicht was mit meinem kanal irgendwie im januar passieren wird ob mein kanal bestehen bleibt aber all meine videos weil ich ja keine rechte für das bildmaterial ich habe keine visuellen rechte für die spiele oder für die gewissen bilder die ich sonst irgendwie da gemacht habe habe genauso wenig ich habe auch nicht die audio rechte von gewissen spielen und soundtracks deswegen könnte es gut sein dass artikel 13 wenn es durchkommen sollte dass artikel 13 vielleicht meinen kanal nicht löscht sondern mich als user aktiv also leute einfach generell als user aktiv lässt aber all die videos die sie bereits hochgeladen haben löscht das wäre natürlich auch nicht so ganz geil wenn ich das mal so sagen kann vor allem eben ich habe videos von vor achteinhalb jahren es ist echt heftig und auch wenn es bereits bekannt ist dass ich meine alten videos von 2010 bis 11 12 ungefähr echt hasse weil ich da anders war beziehungsweise mich anders entwickelt habe ich und jeder macht eine entwicklung durch vor allem wenn das über mehrere jahre hinweg geht es ist also wie bereits gesagt kein großes geheimnis dass ich meine älteren let's play videos wirklich so mega peinlich und beschämend finde aber die meisten davon sind noch ebenfalls öffentlich und das möchte ich auch so bei belassen weil die meisten menschen die mich bis hierhin verfolgt haben die kennen mich seit 2010 oder 11 oder vielleicht zwölf weniger zuwachs habe ich ja eigentlich seit den letzten zwei drei jahren seit 2015 glaube ich habe ich sehr wenig zuwachs beziehungsweise neue leute durch meine let's plays kennengelernt eben weil let's plays eine massenware geworden ist und nur große let's player die bereits irgendwelchen netzwerken angehören werden viel eher geschaut als kleine let's player so wie ich nun gut was ich also generell euch gerne sagen wollte euch super super treuen liebevollen herzlichen toastbrot geschwister und zuschauer ist in erster linie dass ich mich dass ich mich wirklich für die ganz tolle zeit und für die tolle unterstützung bei jedem einzelnen von euch ganz ganz aufrichtig und ganz herzlich bedanken möchte vielen herzlichen dank dass ihr mich auf diesen weg unterstützt habt mit dem ein oder anderen toastbrot zuschauer zuschauer so bessere aussprache ist ja dann doch eine etwas mehr bekanntschaft draus geworden mit den anderen ist das vielleicht auch mal zu einer freundschaft geworden und dafür wollte ich mich wirklich sehr bedanken ich habe durch euch so viel gelernt und ich hoffe dass ihr genauso viel wie ich von euch mitnehmen konnte dass ihr genauso viel von mir vielleicht mindestens genauso viel mitnehmen konnte für euch ob es nun im entertainment sinne ist oder irgendwie im tiefgründigen sinne oder im individuellen persönlichkeitsentwicklung sinne was auch immer genau denn ich werde jetzt erst mal bis artikel 13 bis man das mit artikel 13 besser geklärt hat werde ich jetzt erst mal keine let's place mehr machen wenn ich die nachricht bekommen sollte und mitbekommen sollte dass artikel 13 gecancelt wird und nicht durchgeführt wird dann werde ich wahrscheinlich ab januar oder februar ganz regulär wieder einen livestream upload plan erstellen mir gedanken machen an welchen tagen sich für mich freizeitmäßig das aufnehmen lohnt weil ich ja wie bereits erwähnt eine vollzeitbeschäftigung als berufung nachgehe deswegen kann ich halt einfach nicht jeden tag live stream besser gesagt können ja aber ob ich die kraft und lust dazu habe und ob es dann ansehnlich wird ist so die andere sache deswegen damit ihr jetzt bescheid wisst für den bis ende dezember kommen keine let's place keine let's talks keine philosophischen grundlagen die ich wirklich schon seit zwei oder drei jahren machen wollte es kommt als keine lookbooks kein dies und das und jenes es kommt einfach jetzt wirklich gar nichts von mir die nächsten drei vier wochen mal schauen wie sich das mit artikel 13 dann durchsetzt oder nicht durchsetzt falls es sich durchsetzt müssen werde ich ja sehen ob mein kanal dann gelöscht wird oder ob mein kanal besteht aber meine videos gelöscht werden und inwieweit dann man noch videos hochladen darf also ja muss man auf jeden fall verfolgen das ganze und irgendwie auch dagegen ankämpfen weil es uns in unserer individualität und kreativität entfaltung beeinflusst und beziehung und nicht nur beeinflusst sondern auch einschränkt und das nur in europa das ist irgendwie mal wieder so eine ganz ganz geniale idee von den europa menschen ja ich weiß ja ich kann dinge super gut erklären genau nun gut ihr wisst bescheid dass jetzt erst mal es keine live streams mehr gibt es gibt auch erst mal keine videos hier auf blond cutie 94 bis sich das mit artikel 13 herauskristallisiert hat herausgestellt hat ob sich das durchsetzt vielleicht setzt sich das ja auch wie letztes oder vorletztes jahr nicht durch das wäre ja natürlich super und dann habe ich mir vielleicht umsonst mit euch sorgen gemacht falls es sich aber doch durchsetzen sollte wollte ich euch einfach nur wissen lassen dass ich aufgrund von artikel 13 wirklich sehr angst und bange um meinen achteinhalb jahre alten kanal habe und ich die mühe jetzt noch weiterhin videos oder let's plays zu machen ich sehe sie nicht darin wenn sie sowieso jetzt in drei vier wochen dann im januar gelöscht werden sollten ich hoffe dass es irgendwie nachvollziehbar ich hoffe selbst wenn es nicht nachvollziehbar ist dass ihr das irgendwie versuchen könnt aus einem anderen blickwinkel zu akzeptieren empathisch irgendwie zu sein weil man ich mache mir ja freizeitmäßig mühe für etwas was ja wie gesagt einfach freizeitmäßig ist regulär gehört das ja nicht wirklich zu meiner arbeit wenn man das unter diesem aspekt weil ich ja keinem netzwerk angehöre oder kein partner von irgendjemandem bin genau ihr wisst bescheid es gibt erst mal keine videos mal schauen was im januar zu artikel 13 dann passieren wird und ja zwölf minuten habe ich geredet ich denke als informationsvideo hoffentlich wisst ihr genug falls ihr noch fragen wünsche oder anregungen habt könnt ihr sie mir gerne als kanal beschreibung beziehungsweise ach die kanal kommentare wurden ja ebenfalls entfernt richtig genial als video kommentar gerne unten aufschreiben wie bereits erwähnt bedanke ich mich ganz ganz herzlich bei euch allen super herzlich lieben tollen toastbrot zuschauern hoffentlich ist es nicht das letzte mal dass man sich hört hoffentlich wird artikel 13 nicht durchgesetzt so dass wir doch noch einige jährchen miteinander spiele erleben können bis dahin wünsche ich euch noch eine besinnliche schöne weihnachtszeit einen guten rutsch ins neue jahr und falls man sich wirklich auch nicht mehr hören sollte generell eine schöne zeit also dann verabschiede ich mich für heute mit den worten hakuna matata vielen herzlichen dank fürs dabei sein und hoffentlich werden wir uns nächstes jahr doch noch mal zu dem ein oder anderen let's play dann wieder sehen beziehungsweise hören also bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann